hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft wiki zusammen mit der tabi hallo und dem hambleys hallo und dem rat und mir und sonst keiner so wir haben gedacht haben wir das gedacht haben wir gedacht wir denken nicht unsere inseln sind erst mal so weit abgeschlossen ja ja wir müssen aber eigentlich wollen wir zu unseren ursprünglichen projekt zurückkehren was wir eigentlich vorhatten eine unterwasser zu den wurzeln also eine höhle bauen und uns gegenseitig lause unterwasser wie nennst du die stadt immer wie heißt sie von den dingen gangen city also dafür müssen wir erstmal dafür sorgen dass wir unterwasser klar kommen und deswegen legen muss erst mal ins bett so logisch oder ich nehme hier das direkt mit dem kopf am eingang schlafen ist toll wieder direkt ich nehme jetzt immer das rosa an dem bett weil sonst klaut mir immer jemand meinen schlafplatz weil jeder auf das mittlere klickt so ja deswegen haben wir uns überlegt wir könnten ja mal was zu machen was uns eben unter wasser atmen lässt und haben dann hier dieses wo ist es das da gefunden water breathing 480 minuten diesen stick werden wir uns jetzt also davon werden wir ein paar sticks bauen erstmal ein paar werden wir schon brauchen deswegen müssen wir in den nether bist du schon in den nether gegangen kabine ich gehe ich gehe gas ich gehe gas zu jagen okay wir brauchen ja pro starb ein gas tier ne also wir bereiten jetzt vor dass wir unter wasser die stadt anfangen können wenn du blaze findest mach auch mal ja ich bin hier bin hier ja nicht nur deine verwandten wollte und so ein kleiner witzbold oder ab und zu schauen ab und zu habe ich so ein paar spaßdreches gegessen ja wahrscheinlich wieder weg ne ja jump mal hoch und das portal wieder neu zu setzen da kann man nicht mehr hochjumpen extra gebaut ja das letzte mal auch schief gegangen wenn ich jetzt die haben wir schon irgendwo der fest oder was finden würde was ne shop dann keine ahnung seit dieser festung da die richtung muss ich bin genau die falsche richtung gelaufen wo ist denn die portal gar den gast wo ist er eine gute frage kloster das brauchen wir auch nach ihr habt ihr gesagt ja ein bisschen wo ist der gas wo ist er denn doch mir nicht die portal gar nicht bestimmt immer eh und wir haben keinen strom durch der strom läuft schon lange wieder da sind aber 112 kloster und blöcke drinnen oder ist ja das reicht dann los und reicht ja aber wir brauchen auch gast hier jetzt auf gasjagd zwischen zwei bienen ist dann super und ich muss meinen mein manchettiges pack aufladen aber und so ein gast hier und ich mich verfolgt eine biene eine biene ja ich habe zwischen zwei bienenkörben gekämpft aua gewick 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 lass mich wo seid ihr ihr scheiß bienen ich fliege zurück und dann töd ich euch ach fuck hoppala tschuldigung biene tot habt ihr nicht gehört oder? ne habt ihr nicht haben wir nicht gehört ne auch schon wieder immer die gleiche stelle wo es nicht weiter geht so dann warten wir auf die nächsten da hinten habe ich einen wegpunkt da steht festung dran ob das natürlich aus dem modpack ist ist die andere frage jetzt hat es geklappt so ich gucke mal kurz was die erste quarry macht ob die denn jetzt schon durch ist oder nicht ich glaube es zwar eher nicht nächste gast tot drei gast jetzt habe ich schon aber das ist ja also wir haben übrigens ein alchemie katalys unter dem pool stehen aber wir haben hier nur einen einzigen mana pool ist schon wenig ja weil wir es noch umverlegt haben ja ich bin doch oben ach so ich habe gerade das portal neu gesetzt ich könnte natürlich jetzt hier was bauen dass wir blumen automatisieren dass wir mehr mana kriegen aber ne ich denke mal für diese einpfanzung muss es reichen was wir da haben oh ich sehe gerade ich dachte das wären 17.000 km weg hier aber ne ich bin noch gar nicht mal weit also nicht wirklich na gut die soll schön vor sich hinlaufen doch hier ist eine festung hier unten scheinbar das ist auch mein letzter todespunkt von daher ist das mit der schon mal gestorben wollten ich noch das letzte machen auch eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 das homie aus der festung wollte ich doch wegen auch falsch umgefordert haben wir wo haben wir die so diese pure daisy war das ja ne wo man die sachen drum herum sitzt ich glaube wir haben gar keine pure daisy mehr wieso nicht doch wir haben eine oben ne die ist unten noch die ist ja in glas eingebaut weil wir das automatisieren wollen es aber nicht geklappt hat irgendwie irgendwas wollte ich doch hier das hat der hose falsch gemacht bei holi die produktion hier so So, Kobold möchte ich mir eigentlich mitnehmen für meine Pickaxe, aber das können wir hier noch reinschmeißen. Wieso ist denn eigentlich hier? Wieso brennt ich denn hier so lange? Was ist denn hier los? Ich dachte schon, ich sterbe jetzt hier. Weil du es kannst. Die sollten ja auch alle mal verarbeitet werden. Zack, zack, zack. Achso, wir brauchen noch Nether Quartz, hast du gesagt, ne? Mhm. Ja, wir haben ein paar mit, aber da haben wir doch genug von, oder? Bestimmt. Wir machen das ein paar mit. Äh, haben wir schon so ein Altar, um Rune zu craften? Nö, nö. Äh, ne, Rune haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Ja, wir brauchen eine Rune of Mana. Für diesen, äh, Botanical... Für die Botanical Brewing... Ja. Ja, gut, das ist ja kein Problem. Brauerei und so. Ja. Botanical Brewing Stand. Ja, mit Botanical habe ich bis jetzt noch nie gebraut. Das ist noch so ne... Hab ich noch nie gemacht. Gebraut? Gebraut. Ich kenne Bier. Ja. Ich kenne Blondine. Als Braut. Ich kann dir ein Foto schenken. Cool. Oh, nur hochgehen. Ja, ist einer. Das ist sogar schon mal eine Braut. Das könnte jetzt jeder sagen. Ja. Kann jeder sagen, aber bei mir kennt man es ja. Die Frage ist halt, wo hätten wir Platz für die Unterwasserstadt? Ich weiß nicht. Irgendwie in dem, in dem popelgrünen Sumpf zu bauen. Ne, 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 da muss man schon... Ne, da müssen wir uns hier ganz schön tief bauen. Wir könnten höchstens irgendwie die Curry hier wüten lassen. Aber das sieht auch scheiße aus. Das muss auf normalem Grund stehen, glaube ich. Das ist besser. Äh... View Daisy macht nichts. Doch. Ne. Die glitzert noch nicht mal. Das dauert. Aber nicht so lange. Doch. Ne. Doch, nach dem letzten Update ist es ganz schön lange wieder. Hm. Was willst du machen? Wir müssen Holz oder Stein machen. Was willst du machen? Dein. Ach, oh, ich hab was. Hast du Kabel zu den gesetzt? Ja. Ich merk's. Einmal mit Profis und so. Ja, ja. Wieso flieg ich hier schon wieder? Ich will doch zur Festung. Ich flieg schon wieder falsch. Ich bin zu blöde, ey. Ich flieg ja immer zu meinem letzten Todespunkt anstatt zur Festung. Bin mal fast da und dann dre ich wieder um. Jetzt wenn natürlich die zwei Quarys schon durch wären, ne. Ja. Dann könnte man da was machen. Aber die brauchen ja noch Ewigkeit, ne. Ähm. Ich guck mal ein bisschen. Also links von uns, die sind die zwei Quarys schon durch. Und dann ist das so. Aber das ist schon da, wo ich die Quarys aufgestellt hab. Hm. Ich flieg jetzt einmal ein bisschen. Oh, jetzt glitzert. So ein Zufall. Weil ich denk mal ein bisschen Platz werden wir dafür schon brauchen. So ein ganz klein wenig. Soll dann nicht nur eine Gruppel werden. Komm ich zu der Festung hin. Warum nicht? Ich hab keinen Weg dahin. Buddel dir einen. Jetzt wollte ich gerade. Dann bin ich wieder falsch gebuddelt. Und dann bin ich wieder. Ach, hast du nicht gesehen? Nur 300 Meter muss doch eh nicht kommen. Geradeaus hier durch. Buddeln, 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 Buddeln. Oh, lava. Cool. Wer fließt die denn? Mann, Mann, Mann. Vielleicht da hinten auch noch ein bisschen Water. Und Schleim. Und Schleim. Oh, map bitte. Jetzt nicht, nicht kaputt gehen. Jawohl, ne Moment. Das hier, hier, da wo ich meine Quarry stehen hab, das ist ja auch ekelhaft grüner Sumpf-Wasser-Dingsbums. Ehh, ne. Wollen wir nicht. Ne? Normalerweise hast du immer mehr ohne Ende in der Nähe. Und hier? Ne. 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 Haben wir vielleicht sogar noch irgendwo Living Rock und Stone auf Lager oder so? Oder habt ihr nicht zu viel produziert? Oh, ich hab aus Versehen ne Festung angegraben. Oh, irgendwer hat wohl schon Runen gemacht. Junaf. Ich hab aus Versehen ne Festung angegraben. Wie geil ist das denn? Was ist denn der Runen-Altar, wenn schon Runen gemacht worden, bitte? Ja, weiß er schon. Ich hab direkt von der Kiste rausgekommen. Ich hab einen Sattel und Goldbarren und Diamant-Horse-Armor. Ne. Nether-Wards haben wir übrigens auch schon. Ja, ja. Das haben wir schon. Wir waren auch schon mal hier unten in der Festung. Ja, ja. Wo ist der Altar? Der hat denn schon Runen gemacht hier? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hab ich gerade Runen gefunden. Da muss auch irgendwo ein Altar sein. Da sind wir auch ne Eigenhaus-Armor und zwei Stück, die lass ich mal drin. Nether-Wards, die nehm ich mal mit. Golden Chestplate. Ne, danke. Blöde an der Festung, die ist doch buddelt. Das kann man hier nicht rumfliegen und erforschen richtig. Da war das schon die ganze Festung. So ne Fläche hätten wir für den Anfang gebraucht. Ich wollte nur nicht so schnell rumfliegen. Fliegen? Fliegen? Fliegen wir mal nicht so schnell rum, denn ähm, ich hab so die Befürchtung, dass sonst... Der Server wieder meint, ne, ich mag nicht mehr. Ach Quatsch, würde er doch niemals tun. Oh doch. Das sind immer noch 100 Meter, mein Gott. Die Pässe, wo ich gerade war, die... Oh, ich höre Gas. Ich muss nach oben. Ich muss Gas töten. Wo ist Gas? Haben wir Ender-Perlen? Wieso? Brauchen wir welche? Einer oder zwei. Ach, brauchst du Mana-Perlen, ne? Dann lassen wir mal den Server wieder ein bisschen rendern. Oh ja, zwei Stück. Fliegen da so ein bisschen links rum. Wieso haben wir eigentlich so viel Sumpf hier? Ähm... Weil wir so stinken? Weil wir Gamer sind uns nicht infall. Äh, ihr beide seid in der Hölle, ne? Ich bin in der Hölle, ne? Nee, ich nicht. Okay, dann, äh, werde ich mal ganz kurz hier einmal auf den hier machen. Dieser Altar oben. Ähm... Da hättest du auch einfach was zu sagen... Achso, nee, du konntest ja auch nicht schlafen. Oder hast du ein Schlafzeug dabei, Blaze? Ich hab doch schon geschlafen. Reicht doch, wenn es einer macht. Wenn Ruther in der Hölle ist. Achso, ja, stimmt. Ich bin glücklich in der Hölle. Ach, die haben wir ja schon. Living Rock und Living Wood. Aber ich finde den Altar trotzdem nicht. Irgendwo muss er ja sein. Irgendwo ist Hjul. Ja, ich bin jetzt in der Festung. Gucken ob ich jetzt hier was Blaziges finde. Oder Blazes brauchen wir noch, ne? Blazes für uns. Ja. Wobei ich bin jetzt gerade mit der Wüste. Ich könnte auch Blümchen mitnehmen. Wenn du welche findest, ja. Da kriegst du ja Blazepowder raus. Und die kannst du ja wieder zu Blazerodz machen normalerweise, ne? Wir brauchen ja Powder. Ne, wir brauchen kurz Blazerodz. Für den Brewing Sand. Zwei Brewing Sand brauchen wir dafür. Ja, aber dennoch kann man hier... Ja, ja. Ich hab auch Blazes jetzt gefunden. Die werde ich jetzt auch töten. Oh, was für Kackmusik. Wenn sie denn jetzt spawnen uns nicht. Ich muss noch was wegschmeißen, sonst hab ich keinen Platz. Hier die Bären baue ich nicht und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht. Ah, das bin ich gespawnt, sehr schön. Ich höre euch. Ach, sie haben mich angezündet. Oh nein. Ah, es sind gleich drei Stücke. Ach so, Mistviecher. Oh, in Deckung. Hm, gegrillter Rosamund. Die machen ganz schön Schaden. Ich bin das gewohnt, dass ich mich ja auch so ein Feuerviech verwandle und dann die mir nix tun können. Aber...